Bhagavad Gita, Vers 2.61 Wer seine Sinne beherrscht und sein Bewusstsein fest auf mich richtet, ist ein Mensch von stetiger Intelligenz. Erklärung In diesem Vers wird eindeutig gesagt, dass Krishna-Bewusstsein die höchste Stufe in der Vollendung des Yoga ist. Solange man nicht Krishna-bewusst ist, ist es ganz und gar unmöglich, die Sinne zu kontrollieren. Wie oben erwähnt wurde, fing der große Weise Durwarzamuni mit Maharaja Ambarisha einen Streit an, und weil er sehr stolz war, wurde er unnötigerweise wütend und konnte deshalb seine Sinnen nicht mehr beherrschen. Obwohl der König kein so mächtiger Yogi wie der Weise war, sondern ein geweihter des Herrn, ertrug er geduldig all die Ungerechtigkeiten des Weisen und ging dadurch siegreich aus dem Streit hervor. Der König war fähig, seine Sinne zu kontrollieren, weil er die folgenden Qualifikationen besaß, die im Srimad Bhagavatam erwähnt werden. König Ambarisha richtete seinen Geist fest auf die Lotosfüße Shri Krishnas. Mit seinen Worten beschrieb er das Reich des Herrn, mit seinen Händen reinigte er den Tempel des Herrn, mit seinen Ohren hörte er über die transzentralen Spiele des Herrn, mit seinen Augen sah er die Gestalt des Herrn, mit seinem Körper berührte er die Körper der Geweihten des Herrn, mit seiner Nase roch er den Duft der Blumen, die den Lotosfüßen des Herrn geopfert waren. Mit seiner Zunge schmeckte er die Toulasi-Blätter, die dem Herrn geopfert waren, mit seinen Beinen pilgerte er zu den heiligen Städten, an denen Tempel des Herrn errichtet waren, mit seinem Haupt brachte er dem Herrn Ehrbietungen dar und mit seinen Wünschen erfüllte er die Wünsche des Herrn. All diese Qualifikationen befähigten ihn, ein Matparaha, Geweihter des Herrn zu werden. Bhagavatam 9.4.18-20 Das Wort Matparaha ist in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung. Wie man ein Matparaha werden kann, wird am Beispiel Maharaja Ambarishas verdeutlicht. Sri Baladeva Vidyabhusana, ein großer Gelehrter unter Charya, in der Nachfolge der Matparaha, bemerkt dazu. Matbhakti Brabhavena Sarvendriya Vijaya Purvika Svatma Trishtihi Sulabheti Bhavaha Die Sinne können einzig und allein durch die Kraft des hingebungsvollen Dienens für Krishna vollständig kontrolliert werden. Manchmal wird auch das Beispiel des Feuers angeführt. Wie Feuer alle Gegenstände in einem Raum verbrennt, so verbrennt auch Sri Vishnu, der am Herzen des Yogi weilt, alle Arten von Unreinheiten. Auch im Yoga Sutra wird die Unterweisung gegeben, über Vishnu zu meditieren und nicht über die Lehre. Die sogenannten Yogis, die nicht über die Gestalt Vishnus meditieren, sondern über irgendetwas anderes, verschwenden lediglich ihre Zeit mit der vergeblichen Suche nach Trugbildern. Wir müssen Krishna bewusst sein, dem höchsten persönlichen Gott hingegeben. Das ist das Ziel des wirklichen Yoga.